Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ghost of the Shimmer. So, wir werden mal hier wieder, wir werden mal zu der nächsten Aufgabe. Dann gucken wir mal, wo ist jetzt der Wind gewesen? Gehen! sind dagegen nicht so aus müde von sargo zayus wütender blick ich will keinen ärger warum rennt er weg verzeiht mein herr ich habe euch nicht gesehen falle habt mich gesehen und seit weggelaufen ich dachte ihr seid ein bandit wenn euch banditen ärger bereiten kann ich euch helfen sagt das unserem oberhaupt sota bitte mein herr sprecht mit sota dem färber meister ich suche nach dem anführer sota ihr seid der samurai den sie den geist nennen und doch fliehen die euren vor mir warum ein fremder könnte alles sein mongole bandit wenn sie euch ausblendern kann ich helfen bemüht euch nicht wir bekommen das alleine hin ihr nehmt meine hilfe ab unsere feinde sind krankheit und hunger nicht durch klingen heilbar wie ihr wünscht sota untersuche die stimmt was nicht ich sehe mich mal um hier drüben hier lang mein herr aber lasst etwas abstand was wollt ihr bitte kommt mit mir hier irgendwo dreck am stecken man spürte doch warum so geheimnisvoll ich kenne diese leute nicht mein herr sie sollten uns besser nicht zusammen sehen sie verbergen etwas sie meiden diesen ort als wäre er verflucht aber ich sah wie dieser sota hier vor einigen nächten herumschlich ihr seid mutig das zu sagen versteckt euch und seid vorsichtig was verstecken diese leute was verstecken diese leute was verstecken diese leute hat der exil überhaupt nicht was verstecken das was 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 Kleidungsfetzen von Frauen. Blutige Handabdrücke. Kratzspuren. Hier waren Menschen eingesperrt. Sie wollten verzweifelt entkommen. Wieso werde ich hier den Verdacht habe? Sklaven. Hier. Hier. Der Boden ist zu gefroren für Gräber. Laut Sota starben die meisten an Krankheit. Alles Männer durch Waffen getötet. Eine Leiche, ertrunken. Hier wurde etwas oder jemand aufgehängt. Was geht hier vor sich? Hm, mysteriös, mysteriös. Kann uns hier vielleicht irgendjemand noch was sagen? Warte mal, jetzt müssen wir wieder da hoch. Da ist noch was. Da ist noch was. Na, da bin ich ja mal gespannt, wa? Darum müssen die öffnen. Was ist das da vorn? Die Hände sind gefesselt. Sie wollte weglaufen und wurde erschlagen und liegen gelassen. Spuren. Ich gehe wohl in die richtige Richtung. Gehen wir erstmal von außen, ne? Ich denke mal, sie sind Sklavenhändler. Vielleicht haben sie im Gehörthalt gemacht. Da sind sie. Hoffentlich leben die Entführten noch. Kann ich hier keine Herausforderung mehr machen? Das ist doch scheiße. Meine Stimme, Hilfe. Klose malz. Von hier aus irgendwie nochmal. Nichtä? Ja. Nichtä. Ja. sä. Ja. Ja. Was ist das? Oh Don't show Don't show Oh Oh Wir haben Kudbeln. Okay, sehr gut. Gegeneinander Nähe. Da hinten. Sehr gut. Der Weg des Samurai. Können wir die jetzt befreien, oder müssen wir eigentlich hier alles... Es ist vorbei. Ich bringe euch zurück nach Hause. Wir gehen nie wieder zurück. Die Männer von Sargo überlebten, weil sie uns diesen Monstern gaben. Aber viele von ihnen sind tot. Diejenigen, die uns helfen wollten. Wir können uns hier niederlassen, mein Herr. Doch nur ihr könnt für Gerechtigkeit sorgen. Die werdet ihr bekommen. Ich kümmere mich um die Männer von Sargo. Das sind schon ein paar abartige Schweine, oder? Tja. Die Frauen einfach. Bringt ihr gute Neuigkeiten? Nee, noch nicht. Wird doch noch gar nicht weggewiesen. Hör mal. Hör mal. Nieder mit dem Pack. Bewohner von Sargo. Ich bin Fürst Sakai. Verschwindet. Sofort. Wie kann ich helfen, mein Herr? Ihr habt gelogen, Sota. Was meint ihr denn? Die Frauen von Sargo sind frei. Was hätten wir tun sollen? Wir sind keine Kämpfer. Nein. Ihr seid Schweine. Allesamt. Verschont sie, mein Herr. Es war mein Plan. Ich habe sie dazu genötigt. Wie ihr wollt, Sota. Sota, die wir töten! Der Rest von euch. Verlasst Sargo. Kehrt ihr zurück. Ergeht es euch wie Sota. Geht! Verschonten will! Tut mir leid! Tut mir leid! Wir können nichts dafür! Bitte tötet mich nicht! Mein Herr, was ist hier passiert? Die entführten Dorfbewohner sind jetzt frei. Sie sind in einem Gehöft untergebracht. Geht zu ihnen. Überall ist es besser als hier. Ja, aber hier ist doch jetzt frei, oder nicht? Können wir jetzt da nochmal hin? Bringt ihr Neuigkeiten? Wir werden mal gucken, ob wir... Ja. Ah, der rennt da schon hin. Die hat ja gefragt, ob wir Neuigkeiten gibt. Jetzt ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, das ist so alles so. Was hätten wir denn tun? Wir sind keine Kämpfer. Hat der Albenholz voll, oder was? Tatsache. Doch, auch nicht. Ich kann doch damit nichts anfangen, wenn man dem ganzen gedönst. Hier waren noch Pfeile. Fürst Sakai. Mein Herr. Das mit den Männern von Sago ist erledigt. Danke, mein Herr. Ich hoffe, das schenkt euch Seelenfrieden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr seid sicher angekommen. Ich musste weg von diesem Dorf. So viel Tod. Und hier. So seltsam es in diesen Zeiten auch klingt. Aber dieser Hof ist friedlich. Naja. Aber hier sind ein Haufen Amazonen, Junge. Da gibt es ja Filme darüber. Was damit mit den einzelnen Männern passiert. So. Dann würde ich sagen... Hier drüben ist noch was. Lass uns mal da hin. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Warte mal. Ich könnte ja mal meine... Meine Ausrüstung hier... Na, da willst du mich verarschen, oder was? Kaum macht man die Ausrüstung, kannst du wieder wechseln, weil wieder irgendwelche Klapperköppe in der Nähe sind. Oder die hier? Da muss man von hinten da rankommen. Zieht eure Klingen! Los, jetzt! Ach, verdammt, ey! Scheiße. Scheiße. Ich brauche Hilfe! Ja, da hat er sich ein bisschen zu früh. Ja. Das war scheiße. Bitte, helft mir! Alles wird wieder gut. Mein Leben gehört euch. Vorsicht da draußen. Nehmt dies. Ich habe sonst nichts. Ja, dann behaltet doch. Wieso haben die die Hosen hochgekrempelt? Was soll der Quatsch denn? So, ich wurde aber jetzt gerne zu dieser Bucht. Ne, das ist die Falsche hier. Ich werde mal hier hochreiten, ne? Mal gucken, was hier ist. Warte mal, jeetet nach oben. Die hohe reiten können, wa? Hier ist was. Irgendwas vibriert hier hoch. Oh, ich werde. Oh. Huh? 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 Warum konnte man jetzt da hochklettern? Hat da ja keinen Sinn gemacht gerade. Da war nix. Ach so, dass man hier wieder runterkrabbeln kann, oder was? Huh? 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 Da hättet noch irgendwo hin. Huh? 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 Wir schaffen das schon. Da hätte ich auch nochmal hoch. So. Oh 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 I think someone has heard here Where? 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 es war ein bisschen baggiver ist hier irgendetwas hier ist nichts ich hoffe du findest frieden die mongolen werden für euer leid bezahlen findet der lösung das wusste ich ja nicht dass wenn man hier findet frieden ihr habt größeren respekt verdient ihr habt größeren respekt verdient das schon heftig alter gut freunde der sonne ich mache an der stelle erst mal schluss und dann gucken wir mal wo wir hier als nächster termin ich würde sagen wir werden denn nurio norio weitermachen und dann wenn wir die nächste die hauptquests weitermachen freunde der sonne und steif halten und tügel und und Vielen Dank.